Andrea Rota aus der Schweiz auf der Anfahrt, zum Hinterriss 4, der Foren vor dem Biergarten. Ich hoffe, ich habe die Vorsitzel, Andrea Rota. Nils Grottmann aus Deutschland, die Gespanne war 21, auf der Anfahrt, zum Hinterriss 2, auf der Anfahrt, zum Hinterriss 2, Germany, Nils Grottmann. Andrea Rota unterwegs, zum Hinterriss 4. Und Fredi Meierverein im Hinterriss 5, aus der Schweiz, auf der Anfahrt, zum Hinterriss 5, Fredi Meier. Nils Grottmann unterwegs im Hinterriss 2, die Bestzeit im Hinterriss 2 liegt bei 38,8 Sekunden. Und Sandra Schäfer aus Deutschland gehalten. Und Fredi ist schon da rein, jetzt einmal kommen wir zu ihnen. Dann schau ich mal, wir schauen Fredi noch. 40,6 Sekunden, knapp an der Bestzeit vorbei. Nils Grottmann aus Deutschland im Hinterriss 2. Andrea Rota 66,8 Sekunden im Hinterriss 4. Und Fredi Meier fährt aus beim Hinterriss 5, mit 64,2 Sekunden. Und Fredi Meier, 1...